Egal ob zu Hause oder auf dem Fußballplatz, ich setze meine Sicherheit nie aufs Spiel. Deshalb stelle ich euch heute meine Lieblingsübungen zur Verletzungsprävention vor. Ich zeige euch die Übungen. Dafür führe ich ein Bein nach hinten, kreuze das Standbein und führe das Knie dann Richtung Boden. Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht. Bis zum nächsten Mal.